Verkaufsgespräche sind keine rationalen Angelegenheiten, nein, im Gegenteil. Oft sind es Emotionen, die kaufentscheidend dem Kunden sagen, er kauft bei dir oder er kauft nicht bei dir. Höre deinen Kunden so und stell deinem Kunden Fragen, welche wahren Kaufmotive dein Kunden hat, warum er genau bei dir dein Produkt, deine Dienstleistung kaufen möchte. Versetze dich immer in einer guten, positiven Stimmung in deinem Kaufverspräch und hab ein gutes Ausstrahlevermögen und sei positiv. So klappt das mit jedem Verkaufsgespräch. Gehe über die Invention, gehe über die Psychologie deines Kunden, schau wie der Kunde wirkt, schau wie der Kunde ist und wie der Kunde redet. Und wenn es sehr sympathisch ist bei einem Verkaufsgespräch, kannst du auch gerne einen Witz erzählen, einen Spruch erzählen. Und kannst du auch ein bisschen Persönlichkeit, kannst du auch ihm Fragen stellen und so weiter und so fort, wie er es gerne möchte, was er gerne möchte und warum er es braucht und so weiter und so fort. Und binde seine Persönlichkeit mit deiner Persönlichkeit zusammen und danach hast du einen sehr guten Abschluss. Und denke nicht immer sofort an den Abschluss. Nein, viele Verkäufer, Verkäuferinnen denken immer an den Abschluss. Es muss einen Abschluss machen. Denke an ein Cross-Selling. Denke an eine weiterführende Dienstleistung, an ein weiterführendes Produkt, wo du im Rebootar hast. Viele vermeiden, den weiterführenden Produkt so anzubieten. Die meisten Verkäufer, Verkäuferinnen denken nur an den einen Abschluss. Aber nicht der eine Abschluss. Generiert dir die Marge, generiert dir dein Zuckerleben da draußen. Es sind die anderen Produkte, wo du noch verkaufen kannst, wo du noch Geld verdienen kannst. Genau.